Wohin machst du Urlaub? In Deutschland oder im Ausland? Also ich werde auf jeden Fall ins Ausland fahren. Wir haben einen richtigen Roadtrip vor. Geht über Österreich, nach Kroatien, dann zurück nach Slowenien, dann nochmal Österreich und dann wieder Deutschland. Fährst du mit Familie und mit Freunden in den Urlaub? Auf jeden Fall mit Familie, mit meinen beiden Kids, mit unserem Hund und mit meiner Frau. Was darf in deinem Körper nicht geben? Sonnencreme. Ich bin so ein Typ, ich werde gleich rot und braun nicht, deswegen schnühe ich mich sehr gerne ein. Willst du auf keinen Fall mit in den Urlaub nehmen? Puh, würde ich sagen, für zwei Wochen kann ich auf den Fußball verzichten. In welchem Land willst du unbedingt mal Urlaub machen? Da habe ich noch ein paar auf der Liste. Mexiko wäre ganz cool, mal zum Anschauen. Island finde ich ganz, ganz interessant. Willst du mal die Sprache von dem Ausland, wo du willst lernen, dass du mit dir quatschen kannst? Ich bin der Meinung, dass man mit Englisch ganz gut und weit kommt. Ich habe gelernt in Frankreich und in Spanien nicht so, aber in den restlichen Ländern schon. Deswegen glaube ich, ist jetzt nicht so mein Ziel, noch eine andere Sprache zu lernen, außer wenn es eventuell nach Japan geht. Dann habe ich ein Fabel für.